Wie kannst du Geld sparen, indem du TradingView benutzt? Für einen Xetra Datenfeed bezahle ich mit meinem GmbH-Konto bei IBKR 80 Dollar. Da ich TradingView sowieso verwende, ist der Datenfeed schon inkludiert. Somit kann ich mir diese 80 Dollar im Monat und somit fast 1000 Euro sparen. Alles was du dazu tun musst, ist ein TradingView-Konto mit dem IBKR-Konto zu verbinden. That's it.